Es ist Sonntag, 20.15 Uhr, beste Tatort-Zeit. Willkommen hier beim virtuellen Hut, live aus dem Café Basico in Kreuztal. Ja, willkommen hier zum Tatort für gute Unterhaltung. Denn heute Abend ist zu Gast das Joscho-Stefan-Trio. Und wir möchten uns natürlich auch bedanken bei den Unterstützern, die uns hier beim Livestream aus dem Café Basico so richtig toll unterstützen. Das ist zum einen die Kulturabteilung der Stadt Kreuztal und natürlich auch das Kulturbüro mit ihrem Corona-Fonds. Und denen ist es auch zu verdanken, dass wir auch heute Abend wieder eine besondere Aktion haben. Denn es ist so klasse gelaufen bei der Leitner Jazz Foundation mit den Spendenaufrufen und dem Spendenaufkommen, dass wir uns gesagt haben, das machen wir noch einmal. Das heißt, alles Geld, was ihr heute spendet, zugunsten der Künstler, verdoppeln unsere Partner nochmal und spenden es in gleicher Höhe ans Café Basico. Das heißt, auf unserer Homepage findet ihr einen kleinen Spenden-Button. Da findet ihr einen Link zu Paypal. Und wer das nicht möchte, findet darunter auch noch unsere Bankverbindung. Und wir freuen uns über zahlreiche Spenden. So, nun mache ich aber die Bühne frei für Joscho Stefan und sein Trio. Und wer Lust hat, mit ihm Kontakt aufzunehmen oder uns was schreiben möchte, der Chat ist heute auch wieder besetzt. Und ja, wir geben es weiter an die Künstler. So, und jetzt viel Spaß hier beim Joscho-Stefan-Trio. So, jetzt viel Spaß hier beim Joscho. 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 Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal. 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 und geben alles. Ja, hier aus Geisweit schaut auch jemand zu. Schöne Grüße. Oh, einer fragt, ob hier noch einer Single ist. Da muss ich leider enttäuschen. Das ist, wir sind schon lange weg vom Markt, deswegen sind wir natürlich auch so gut auf dem Instrument, weil wir sind alle glücklich verheiratet und können den ganzen Tag üben und unsere Frauen sind auch sehr, sehr glücklich. Die sehen uns sehr, sehr selten. Also das ist eben halt bei uns alles klar geregelt. Muss man dann schon wirklich sagen. Ja, wie gesagt, schaut weiter zu, weiter Kommentare und wir werden dann auch drauf antworten. Also wie gesagt, Single ist hier keiner mehr. Jedenfalls mein Kenntnisstand, der letzte ist ist noch so, oder? Alles klar, vielleicht schauen ja auch eure Frauen zu, man weiß es nicht. Die nächste Nummer, die wir jetzt spielen, das ist Isn't She Lovely? Ja, wenn das nicht mal passt, von Stevie Wonder. Widmen wir unseren Frauen. Musik 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 Isn't She Lovely war das und weiter geht's mit einem Swing-Klassiker vom Duke Ellington Orchestra und geschrieben von Billy Strayhorn. Es gibt ein tolles Arrangement, das Duke Ellington ohne Big Band gespielt hat im Trio, mit seinem Piano-Trio, an dem haben wir uns ein bisschen orientiert und das ist Take the A-Train. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im Filmgeschäft der erste eigentlich und ein wunderbares Stück hat er uns hinterlassen, das ist Smile. Bis zum nächsten Mal. 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 Hallenbach, genau meine Musik. Da haben wir Glück gehabt. Olaf schon, schön, dass du zuhörst. Freuen wir uns sehr. Und ja, da haben wir hier noch, was haben wir da? Aha, da wird auch noch mal gegrüßt. El Rondo vom Django Festival in Franken. Wir haben sogar einen, ja, hier haben wir einen Besucher aus Frankreich, Jean-Louis. Ja, das ist ganz toll, dass auch er zuschaut. Ja, zwei Nummern gibt es noch. Wir machen weiter jetzt mit einer Ballade, die wir mit dem großartigen, oder die ich mit dem großartigen Tommy Emanuel aufgenommen habe, die es auf meinem YouTube-Channel auch zu sehen und zu hören gibt. Das ist If I Hate You, ein alter Swing-Klassiker, den unter anderem Frank Sinatra auch gesungen hat und auch ein sehr, sehr schönes Stück, eine schöne Ballade. Viel Spaß damit. Das ist If I Hate You, ein alter Swing-Klassiker, den unter anderem Frank Sinatra auch gesungen hat. Das ob sah ich Ihnen, die ich nicht greu, ein alter Swing-Klassiker nicht. Musik 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 Musik